Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlok 98 am 7. März 2023 in Navplio, Griechenland. Es ist 22.30 Uhr und wir haben noch 12 Grad Außentemperatur. Ja, vielleicht hast du es gemerkt, vielleicht ja auch nicht. Gestern Abend, am Dienstagabend, ist keine neue Podcast-Folge online gegangen. Das hat zwei Gründe. Erstens ist am Sonntag ja die große Folge online gegangen, die 200. Folge, meine Jubiläumsfolge. Und da habe ich ja relativ lange gesprochen und das ist auch wirklich eine tolle Folge geworden, finde ich. Ich habe auch schon ganz tolles Feedback dazu bekommen. Der zweite Grund ist, dass ich einfach am Dienstag so viel zu tun hatte, dass ich das abends nicht mehr geschafft habe, bin jetzt gerade fertig, noch eine Folge aufzunehmen. Also man sieht es mir nach. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, denn es gibt ja die große 200. Jubiläumsfolge vom Sonntag. Also ist es ja kein richtiger Ausfall. Die habe ich nur zwei Tage vorgeholt. Sonst hätte ich die vermutlich am Dienstag auch rausgegeben. Aber da der Podlook ja auch jedes Mal eine Folge ist, wäre dann am Sonntagabend, also Sonntagnacht, also am Montagmorgen der Podlook, das wäre die 200. Folge gewesen. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, dass die 200. Folge auch wirklich eine reguläre Podcast-Folge ist. Das ist der Grund, warum nichts passiert ist am Dienstagabend. Aber jetzt geht es ja mit dem Podlook weiter und ja, ich denke, das ist auch so in Ordnung. Wie gesagt, ich habe heute unheimlich viel gearbeitet an verschiedensten Projekten und eine Sache ist vielleicht ganz interessant und wichtig. Daran habe ich heute auch noch gearbeitet. Und zwar werde ich am Mittwochabend um 20 Uhr deutscher Zeit bei Instagram live sein. Mit Anja von den Camper Nomads zusammen und mit Christian als Medienkoch vom Schiller 40. Denn wir werden am 13. Mai in Wolfsburg ein Event für Podcaster veranstalten. Und was das ist, das berichten wir eben morgen Abend live bei Instagram und werden live die Tickets dafür freischalten, damit ihr euch dann die allerersten Tickets kaufen könnt und mit dabei seid, weil es gibt nicht unendlich viele Plätze. Und da müsst ihr morgen Abend unbedingt auch dabei sein und einschalten um 20 Uhr live bei Instagram. Es wird noch ein kleines Schmankerl geben bei André Anderswo an dem Abend in Wolfsburg. Und vielleicht ist das ja auch was für dich, auch wenn du kein Podcaster oder keine Podcasterin bist. Das wird nämlich öffentlich zugänglich sein am Abend, die Veranstaltung. Und das erzähle ich morgen. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend bei Instagram 20 Uhr live. Bis dahin, Grüße nach irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Bis dahin, Grüße nach oben.